Ich heul dich gleich, ahaha! Guten Tag, Fürschi! Mein Gott, ich hasse dich! Warum? Hinter ihn, hinter ihn, dreiköpfige Affe, dreiköpfige Affe! Ich hasse sie! Motor aus! Aus damit! Der geht grad nicht, Moment, wir versuchen's! Wie kriegst du das hier mit dem Motor an? Ah, ganz schlecht! Motor ist aus! Motor ist aus! Dieses hier? C Hm, und dieses hier? C Die Hand, da sind so drei Knöpfe drauf. Ja? Ja, ja, genau, mit grün... Ja! 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 Oh, Hanni! Nein! Hanni, so schnell warst du noch nie unterwegs gewesen, Alter! Du wärst auf deine Tage noch schnell! Oh Gott! Oh, nee, jetzt aber! Jetzt überhaupt! Bumm! Feuerball, Junge, achte, das ist ein Baum! Bumm! Mann, das ist ein Baum! Wieso hat er denn nicht geboten? Wieso hat er denn nicht geboten? Ja, der war leidstelle, ne? Ich wollt' ihm das wirklich erklären! Ich hab einen Waffe! Ich habe eine Tole gekauft. Ach, deswegen das Bild. Ja. Die ist bekloppt. Das ist sehr witzig, ich schieße voll gerne damit. Alter, ich stehe am Dach. Ähm, hallo? Kannst du bitte klarstellen, dass ich nicht so viel konnte, sondern dass das Gericht einfach nicht so gut war? Bitte? Warum fährt er uns anfeinigt und stirbt? Oh Gott. Miguel! Ja, das musst du gerade anfliegen, ansonsten kriegst du den Speed nicht. Gut, und eine kleine Waffe, alles andere kann doch gleich immer noch ein. Und dann wird er entführt in einfach ein Polizia. Ich bin noch nie so unfallfrei gefahren, wie er es kommt. Das stimmt. Ähm, wow. Instant Karma. Ach du... Na, tüss. Oh, 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 oh. Baum. Ne, ich reparier das. Oh, oh. Oh, oh. Ich bin drin! Der war zu tief. Au, da ist eine Stromleitung, wo kommen die weg? Ich glaube, das Fahrzeug, was Sie mir geben wollten, ich hatte ein technisches Defekt, Herr Jury. Du hast doch deine Hutte, Alter. Sieh, ich weiß, aber ich habe drei Lagerboxen dabei, ich brauche sie nicht, dann kann ich sie hier stellen. Du? Ja. Ja, alles klar. Au! Was? Der hat den runtergebracht. Der hat den runtergebracht. Ich weiß nicht. Du warst. Der hat den runtergebracht. Nein! Nein! Geht noch? Nicht explodieren. Yacht. 22 Milder. Es war so klar. Rechts, rechts. Dann, äh, ach, scheiße, das ist im Schluss. Ja, warte, äh, links, links, links. Was für ein Artenherstuhl? Mehr ist unser netter Fahrer. Einen kaputten... Was zur Hölle? Baum! Entschuldigung, der Herr. C? Welchen Krieg wollen sie damit gewinnen? Äh... Ich meine eigentlich... Hat er nicht gemacht, oder? Hat er nicht gemacht, oder? Nein, oh Gott! Ich lebe! 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 Ich lebe nicht mehr! Ich lebe! Ich lebe membership! worship mich Launcher 1500